Wiederholung, da sieht man das Zurückfahren auf die Strecke immer gefährlich und dann zu dritt nebeneinander. Aber ich glaube, er hatte hinten schon vorher den reifen Schaden und deswegen ging es dann weit links raus. Hier nochmal aus der anderen Perspektive, da für sich. So, jetzt hier ganz eng, da geht es raus und dahinter wird es dann einfach zu eng. Man sieht, dass hier die Fliehkräfte...